Das neue Flaggschiff der ZV-Reihe von Sony wird die Kamerawelt revolutionieren. In diesem Video zeige ich euch, was alles mitgeliefert wird, was diese Kamera so besonders macht, welche Nachteile diese Kamera hat, für wen diese Kamera am besten geeignet ist und vor allem, warum diese Kamera so wichtig ist. Viel Spaß! Die Kamera wird in einer schlichten weißen Kartonbox geliefert, wenn man sich nur das Kameragehäuse ohne Kitobjektiv bestellt. Sieht nicht super fancy aus, ist mir persönlich aber auch egal. Außer der Kamera selbst wird ein NP-FZ100 Akku, ein Schultergurt, die Gehäusekappe, die Zubehörschuhkappe und ein Windschutz mitgeliefert. Die Gehäusekappe und die Zubehörschuhkappe sind von Haus aus am Gerät montiert. Wäre ja Wahnsinn, wenn nicht. Die Kamera ist klein, so richtig klein. Sie ist 121 mm breit, knapp 72 mm hoch und ca. 54 mm tief. Mit einem Gewicht von nur 399 Gramm bzw. 485 Gramm inklusive Akku- und Speicherkarte gehört sie zu den Leichtgewichten unter den Vollformat-Kameras. Die Kamera hat in etwa die Größe einer FX30 bzw. einer ZV-E10 und sieht der ZV-E10 auch sehr ähnlich. Auf der Rückseite gibt es einen 3 Zoll großen TFT-Touchscreen mit 1.036.800 Bildpunkten. Eine Angabe der maximalen Helligkeit in Nitz habe ich in den technischen Daten auf der Sony-Seite nicht gefunden. Somit kann ich euch dazu leider nichts genaueres sagen. Der Öffnungswinkel des Bildschirms ist ca. 186 Grad und der Drehwinkel ca. 270 Grad. Einen elektronischen Sucher sucht man bei dieser Kamera vergebens, denn sie hat keinen. Oberhalb des Bildschirms auf der Rückseite gibt es auf der linken Seite einen kleinen ZVI-1-Schriftzug. Die Menü-Taste befindet sich rechts. Rechts neben der Menü-Taste befindet sich ein Einstellungsrad, mit dem man defaultmäßig die Blende einstellen kann. Darunter gibt es dann die C2-Taste bzw. zum Vergrößern und Verkleinern der Wiedergabeanzeige. Unterhalb der C2-Taste ist dann die Taste für das Funktionsmenü. Und darunter befindet sich, wie auch bei anderen etlichen Sony-Kameras, ein weiteres Einstellungsrad mit Dreh- und Drück-Funktionalitäten. Ganz unten auf der Rückseite gibt es dann noch die Wiedergabe-Taste und die Taste mit dem Misskübel-Symbol, der auch gleichzeitig der Standard für den Produktpräsentationsmodus ist. Auf der Oberseite der Kamera befindet sich links der Multi-Interface-Zubehörschuh mit digitaler Audioschnittstelle, um zum Beispiel ein passendes Sony-Mikrofon kabellos mit der Kamera zu verbinden. Rechts davon befindet sich, wie bei der ZVI-10, ein intelligentes Drei-Kapsel-Mikrofon. Je nach Aufnahme kann man die Richtwirkung des Mikrofons auf vorne, hinten, alle Richtungen oder Auto einstellen. Noch weiter rechts gibt es einen Schiebeschalter, um zwischen den Modi Foto, Video und S&Q, was für Slow and Quick steht, wechseln zu können. Darüber gibt es einen Aufnahmeputton mit einem roten Kreis für Videoaufnahmen. Rechts davon befindet sich die C1-Taste, der auch gleich mit dem Defocus-Feature vorbelegt ist. Das bedeutet, wenn man sich im Automatikmodus befindet und man drückt diese Taste, dann stellt die Kamera automatisch auf den maximalen Blender ein und passt entsprechend der Belichtungsmessung bzw. der Szene für Schlusszeit und ISO an. Oben am Griff gibt es dann noch den Auslöser, der seitlich einen Schalter für das Ein-Ausschalten der Kamera hat und vorne einen Zoom-Hebel hat, wie es auch die anderen Modelle der ZV-Reihe haben. Über den Zoom-Hebel oben am Griff können kompatible Zoom-Objektive gesteuert werden. Auch der Klar-Zoom kann für normale Zoom-Objektive oder Objektive mit festen Weiten aktiviert werden, wodurch weniger Objektive für eine Aufnahme benötigt werden. Auf der Vorderseite der ZV-Reihe befindet sich an der oberen Kante ein kleines Aufnahmelicht, das rot leuchtet, wenn gerade gefilmt wird. Und natürlich das E-Bajonett oder auch das Sony E-Mount inklusive dem 12 Megapixel großen Exmor R CMOS Vollformat-Sensor, den wir bereits aus der Sony A7S III und der FX3 kennen. Im Gegensatz zu den großen A7 und FX Kameras ist das E-Bajonett wie bei der ZV-E10 nur mit 4 anstelle von 6 Schrauben befestigt. Auf der linken Seite der Kamera, die Seite, auf die das Display ausschwenken kann, gibt es einen Micro-HDMI-Ausgang, eine 3,5 mm Stereo-Minibuchse für den Mikrofoneingang, eine 3,5 mm Stereo-Minibuchse für den Kopfhörerausgang, eine USB-C-Schnittstelle und einen Speicherkarten-Steckplatz für SD-Karten, welche kompatibel sind mit UHS-1 und UHS-2. Die USB-C-Schnittstelle kann nun endlich für Streaming mit einer Auflösung von 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde genutzt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Griff und an der Unterseite gibt es den Einschub für NP-FZ100 Akkus sowie einen 1,25 Zoll Gewinde. Kommen wir nun kurz zum Sensor. Wie schon erwähnt, handelt es sich um denselben XMORE R-SIMUS 35mm Vollformat-Sensor wie bei der ASIM S3 und der FX3. Die effektive Anzahl der Pixel für Fotos liegt bei 12,1 Megapixel und für Videos bei 10,1 Megapixel. Da man für 4K nur ca. 8,8 Megapixel benötigt, wird hier von 10,1 runtergerechnet. Der Fachbegriff dazu lautet Downsampling. Die Kamera kann derzeit in Ultra-HD 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ohne Crop aufnehmen und in Full-HD, also 1080p bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Laut Creators Cloud App und der Sony Webseite soll es frühestens im Juni 2023 einen kostenlosen Lizenzschlüssel aus der Creators Cloud App geben, um auch bis zu 120 Bildern pro Sekunde in 4K mit einem Crop von ca. 10% aufnehmen zu können. Den Angaben nach wird dieser Lizenzschlüssel nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar sein. 10-Bit 422 Aufnahmen in All-Intra oder Long-Op sind ebenfalls möglich. Der Sensor wird mittels Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation stabilisiert. Wichtig zu wissen ist vor allem für Fotografen, dass diese Kamera keinen mechanischen Verschluss hat, sondern nur elektronisch ausgelöst wird. Die maximale Verschlusszeit liegt für Fotos und Videos bei maximal 1.000. Nachdem die technischen Details nun besprochen wurden, komme ich nun zuerst in Richtung der ZV-E1. Hierfür würde ich empfehlen, die Creators Cloud App schon vorab am Smartphone zu installieren und falls notwendig einen Sony-Account einzurichten, ist aber kein Muss. Zu diesem Zeitpunkt wäre es auch gut, einen geladenen Akku in der Kamera zu haben. Dieser muss nicht voll geladen sein, aber er sollte auch nicht kurz vorm Sterben sein. Jetzt die Kamera reinschalten, die Sprache rauswählen und mit der Taste in der Mitte des Einstellrads bestätigen. Nun fordert die Kamera auf, eine Verbindung mit dem Smartphone herzustellen. Einfach den Anweisungen am Bildschirm der Kamera folgen. Das heißt, im Menü auf den Tab für das Netzwerk wechseln, dann Verbindung PC Fernbedienung und dann Smartphone Verbindung aktivieren. Jetzt in der Creators App die Kamera verbinden und den Anweisungen folgen. In der App lassen sich dann folgende Einstellungen vornehmen. Gebiet, Datum und Uhrzeit, Automatisch aus, Temperatur, Name des Geräts und Registrierung eines Zugangspunktes. Vergesst nicht, bei Automatisch aus, Temp auf hoch zu stellen, dann schaltet sich die Kamera auch nicht gleich aus, wenn es nur ein bisschen warm wird. Das Menü ähnelt sehr der Sony A7S III und der Sony A7 IV. Die Menü-Kategorien Aufnahme, Belichtung, Fokus, Wiedergabe, Netzwerk und Einstellung kann man auf der linken Seite auswählen und dann rechts die einzelnen Untermenüs und Optionen auswählen. Darüber gibt es zwei neue Hauptmenüs für die Filmaufnahme bzw. ein neues Hauptmenü zum Aufnehmen von Standbildern. In diesen beiden Menüs werden die ausgewählten Einstellungen kompakt, aber übersichtlich angezeigt und sind dort auch konfigurierbar, wenn man das möchte. Diese Anzeigen bieten einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Elemente wie Bildwiederholungsrate, Verschlusszeit und andere wichtige Aufnahmeparameter. Die Anzeige dieses Menüs kann auch individuell einer Taste zugewiesen werden, sodass Parameter vor der Aufnahme schnell überprüft und bearbeitet werden können. Wie schon erwähnt sind die Anzeigen am Bildschirm auch per Touch konfigurierbar. Wenn man über den linken oder rechten Rand des Displays streicht, werden die Touch-Funktionen angezeigt, mit denen man den Aufnahmemodus, die Einstellung für kinoreife Vlogs und mehr steuern kann. Wird nach oben gewischt, kann das Funktionsmenü angezeigt werden. Weitere Optimierungen umfassen die Touch-Elemente für Belichtungskompensation und Weisabgleich, die zu den bestehenden Tasten für Blendenöffnung, Verschlusszeit und ISO unten auf dem Display hinzugefügt wurden. Allerdings muss ich sagen, dass diese Felder sehr klein sind und somit etwas schwerer zum Auswählen. Im Gegensatz zum Funktionsmenü, in dem man die Einstellungsmöglichkeiten frei konfigurieren kann, gibt es keine Möglichkeit, die Touch-Einstellungen nach den eigenen Wünschen einzustellen. Kommen wir nun zu den 11 Besonderheiten der ZV-E1. Die ZV-E1 verfügt über ein leistungsstarkes Drei-Kapsel-Mikrofon mit variabler Richtwirkung, das auch im freien, bestörenden Wind und anderen Umgebungsgeräuschen klaren Sound aufnehmen kann. Das Mikrofon ist so konzipiert, dass es die Stimme des Hauptmotivs klar erfasst. Je nach Aufnahmebedingungen kann man die Richtwirkung des Mikrofons auf vorne, hinten, alle Richtungen oder Auto einstellen. Bei Auto wechselt automatisch die Richtung der Tonaufnahme entsprechend dem erkannten Motiv und dem Verfolgungsstatus. Die Mikrofonrichtwirkung ist deaktiviert, wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist. Macht auch irgendwie Sinn. Die ZV-E1 hat eine neue zusätzliche Option für die elektronische Bildstabilisierung, und zwar den dynamischen Active-Modus. Eine hochpräzise Stabilisierungseinheit und Gyrosensoren sowie optimierte Bildstabilisierungsalgorithmen ermöglichen eine fortschrittliche elektronische Stabilisierung in Verbindung mit dem integrierten optischen Fünfachsen-Stabilisierungssystem der Kamera im neuen dynamischen Active-Modus. Somit gibt es nun insgesamt vier Einstellungsmöglichkeiten für die Bildstabilisierung. Aus, Standard, Aktiv und Dynamisch Aktiv. Zu finden ist diese Einstellung im Menü unter Aufnahme, dann Bildstabilisierung und dann im Untermenü Steady Shot. Der dynamische Active-Modus ist ca. 30% effektiver als der Active-Modus und reduziert den Sichtwinkel auch stärker. Es wird also etwas mehr gecroppt. Auch wichtig zu wissen ist, dass der Klar-Zoom bzw. der Clear-Image-Zoom im dynamischen Active-Modus nicht verfügbar ist. Zusätzlich zum BionZ XR Bildprozessor gibt es auch eine neue KI-Verarbeitungseinheit, die für die bessere und genauere Motiverkennung speziell auf die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt ist. Die KI-Einheit erkennt neben Menschen, Tieren und Vögel auch Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge als Motive. Die Kamera erkennt allerdings nicht alle ausgewählten Motive unter allen Bedingungen fehlerfrei. Fälschlicherweise können in manchen Fällen andere als die ausgewählten Motivtypen erkannt werden. Auf Basis erweiterter künstlicher Intelligenz einschließlich maschinellen Lernens wurde das Echtzeit-Tracking verbessert. Das Tracking ist ab dem Moment, in dem die Funktion ausgelöst wird, wesentlich zuverlässiger, sodass es bei vielen Aufnahmesituationen Mehrwert bietet. Selbst Personen mit Helmen oder Masken und Tiere, die nicht direkt in die Kamera schauen, werden exakt erkannt und in Echtzeit verfolgt. Da es gefühlt hunderte Einstellungsmöglichkeiten für den Autofokus gibt, möchte ich an dieser Stelle lieber zur nächsten Besonderheit wechseln. Mit der Funktion zur Erkennung mehrerer Gesichter passt die Kamera automatisch das Bokeh bzw. die Blendenöffnung und den Fokus auf mehrere erkannte Gesichter an, sodass man sich keine Sorgen machen muss, dass nur die Personen im Vordergrund scharf sind und die Gesichter der Personen im Hintergrund unscharf sind. Diese Option ist im Video- und S&Q-Modus verfügbar, wenn der intelligente Automatik-Modus aktiviert ist und die Motiverkennung auf Mensch eingestellt ist. Mit der Produktpräsentationseinstellung werden, wie bei den anderen ZV-Kameras, Videos mit Produktvorstellungen zum Kinderspiel. Die Kamera wechselt fließend den Fokus vom Gesicht zu einem Produkt, das vor das Objektiv gehalten wird und dann wieder zurück zum Gesicht, wenn das Produkt aus dem Bild bewegt wird. Die Kameraeinstellungen sind für Situationen wie zum Beispiel Filmaufnahme für Produktbewertungen optimal konfiguriert. Die Kamera neigt dazu, auf Objekte zu fokussieren, die ihr näher sind. Die Produktpräsentationseinstellung kann durch Drücken der dafür vorgesehenen Taste ganz einfach ein- und ausgeschalten werden. Dies funktioniert allerdings nicht während einer Filmaufnahme. Auch nicht ganz neu, aber cool und intuitiver ist das Hintergrund-Defokussierungs-Feature. Mit einem Tastendruck kann man den Hintergrund-Defokussierungsgrad ganz einfach während der Aufnahme von Standbildern oder Filmen ändern. Sobald die Taste gedrückt wird, wird der Modus aktiviert und der Hintergrund wird mittels automatischer Änderung des Blendenwertes defokussiert. Danach wechselt der Grad der Unschärfe im Hintergrund bei jedem Tastendruck zwischen unscharf und klar. Kehrt man in den normalen Aufnahmemodus zurück, so wird die Blende auf den vorherigen Wert zurückgesetzt. Den Grad der Hintergrund-Defokussierung kann man mit der Option Defokus-Stufe Einstellung mittels Schieberegler ganz einfach einstellen, ohne dass man sich um Blendenstufenzahlen bzw. F-Stop-Nummern kümmern muss. Einfach das entsprechende Symbol anklicken und den Schieberegler am Touchscreen hin- und herschieben oder mittels Einstellrad bewegen. An dieser Stelle noch ein Hinweis von Sony. Der Grad der Defokus-Stufeneinstellung wird zurückgesetzt, wenn das Objektiv ausgetauscht wird. Dank der KI-Verarbeitungseinheit hält der Framing-Stabilisator die Position des Motivs im Bild automatisch konstant. Das kann besonders nützlich sein, wenn man neben dem Motiv hergeht. Die fortschrittliche, auf KI basierende Technologie zur Motiverkennung funktioniert mit der Bildstabilisierung im dynamischen Active-Modus der Kamera, damit das Motiv bei handgeführten Aufnahmen zuverlässig im Bild bleibt. Dieses Feature ist nur für Videos verfügbar und der Bildausschnitt wird dabei von 4K-Bildern zugeschnitten, wodurch der Sichtwinkel verkleinert wird. Eine andere Bezeichnung für dieses Feature ist auch Rahmen-Stabilisator. Das ist deshalb wichtig zu wissen, da diese Einstellung im Menü unter Aufnahme und im Untermenü Bildstabilisierung unter dieser Bezeichnung zu finden ist. Es gibt drei Optionen, wobei eine davon aus ist und der Framing-Stabilisator damit deaktiviert wird. Die anderen beiden sind ein Mitte und ein Manuell. Wählt man ein Mitte, wird der Bildausschnitt so fixiert, dass sich das verfolgte Motiv in der Mitte befindet. Wählt man ein Manuell, kann man die Position des Motivs sperren bzw. freigeben, indem man das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm berührt oder die Mitte des Einstellrats drückt. Die Kamera korrigiert den Bildausschnitt dann automatisch so, dass das verfolgte Motiv immer an der gleichen Position im Bildausschnitt bleibt. Sony gibt übrigens auch die Empfehlung, auf HD-Bildqualität einzustellen, um eine Verschlechterung der Bildqualität zu vermeiden, da die Bilder in der Auflösung 4K beschnitten werden. Eine zusätzliche Besonderheit dieser Kamera ist auch AI-Framing oder automatische Rahmenung. Unter Anwendung KI-basierter Technologie zur Motiverkennung wird mit der Funktion des automatischen Bildausschnitts der Rahmen automatisch zugeschnitten, damit das Motiv bei Videoaufnahmen gut zu sehen ist. Der Bildausschnitt wird kontinuierlich angepasst, damit die Aufnahme so wirkt, als würde die Person von einem erfahrenen Kameramann verfolgt, obwohl die Kamera auf einem Stativ montiert ist. Neben der automatischen Motiverkennung und dem Tracking kann jedes andere Motiv ausgewählt werden, indem man es auf dem Display der Kamera oder dem Bildschirm des Smartphones der Creators App antippt. Für dieses Feature gibt es ein ganzes Untermenü mit der Bezeichnung Auto-Rahmung-Einst, welches in Menü, Aufnahme und dann Aufnahmeoption zu finden ist. Das Untermenü hat folgende Optionen. Auto-Rahmung, Rahmung-Bettmodus, Grobstufe, Rahm-Track-Geschwindigkeit, Filmaufnahme-Streaming und HDMI-Ausgabe. Sehen wir uns das einmal genauer an. Mit automatischer Rahmung legt man fest, ob die Aufnahme automatisch eingerahmt wird oder nicht. Und da es noch niemand in den bereits verfügbaren Reviews erwähnt hat, sage ich es jetzt. Die automatische Rahmung funktioniert sowohl horizontal als auch vertikal. Im Untermenüpunkt Rahmen-Bettmodus legt man die Startmethode und die Betriebsmethode für die automatische Rahmung fest. Zur Auswahl stehen beim Track Starten, das ja irgendwie für sich selbst spricht, dann Auto-Start, wobei das automatische Einrahmen beginnt, wenn das Motiv erkannt wird. Und die beiden Optionen Auto-Start 15S WSL und Auto-Start 30S WSL. 15S oder 30S gibt dabei die Dauer des Intervalls an. So zoomt die Kamera mit Hilfe des Klar-Zooms bzw. Clear-Image-Zooms in diesem Intervall stufenlos zwischen dem Motiv und dem vollen Bilderschnitt hin und her. Dann kann man noch die Grobstufe einstellen. Hier stehen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Große Grobstufe, mittlere Grobstufe und kleine Grobstufe. Damit wird die angezeigte Größe des Motivs innerhalb des Bilderschnitts festgelegt, nachdem das Motiv erkannt wurde. Mit der Option Rahmen-Track-Geschwindigkeit legt man die Geschwindigkeit der Motiverfolgung für die Kameraarbeit fest. Und in den letzten beiden Einstellungsmöglichkeiten, Filmaufnahmestreaming bzw. HDMI-Ausgabe, legt man mit den Optionen Zuschneiden bzw. Nicht-Zuschneiden fest, ob die jeweilige Aufzeichnungsmethode den automatisch gerahmten Bilderschnitt oder den vollen Bilderschnitt aufzeichnet. Neu ist für diese Art von Kamera auch, dass man nun auch die Möglichkeit hat, eigene LUTs, also Lookup-Tables, die bereits eine Farbbearbeitung vornehmen, zu verwenden. Um benutzerdefinierte LUTs zu registrieren, lädt man diese direkt auf die Speicherkarte in den Ordner Private Sony Pro LUT. Das Dateiformat ist dabei ebenfalls wichtig, da sich sonst der LUT nicht anwenden lässt. Hier akzeptiert die Kamera nur Cube-Dateien, also mit der Endung Cube, für eine Cube-Auflösung von 17 Punkt oder 33 Punkt. Hat man die entsprechende Einstellung in der Kamera vorgenommen, kann man die LUTs als Vorschau nutzen. So sieht man gleich, wie die Log-Aufnahmen später im Videoschnittprogramm aussehen werden, wenn man diese LUTs anwendet. Man kann die jeweiligen Kombinationen von Farbskala und LUT allerdings auch als eines der sechs frei wählbaren zusätzlichen benutzerdefinierten Bildprofilen einrichten. Damit würde man zwar immer noch in Log aufnehmen, allerdings wird dann der jeweilige LUT gleich auf die Aufnahme angewendet und gespeichert. Das kann den nachträglichen Arbeitsaufwand erheblich reduzieren und so funktioniert es. Zuerst geht man ins Menü, dann auf den Reiter Aufnahme, dann Bildqualität, dann Log-Aufnahmeeinstellungen. Dort aktiviert man unter Log-Aufnahme die Option Ein, Flexibel ISO. Unter Farbskala stellt man nun ein, ob man in Eskamut 3 Sinne, S-Log 3 oder Eskamut 3, S-Log 3 aufnehmen möchte. Und darunter aktiviert man dann die Option LUT-Datei einbetten. Nun zwei Hinweise dazu. Erstens funktioniert das nur, wenn keine SD-Karte oder SDHC-Karte verwendet wird. Bei meiner SDXC-Karte klappt das hervorragend. Und zweitens muss man für das, was ich unter Einbetten verstehe, diese Kombination als Bildprofil einrichten und auswählen. Macht man das nicht, wird der LUT nur zur Vorschau verwendet. In den XML-Dateien zu dem jeweiligen Clip steht dann zwar die jeweilig ausgewählte LUT, allerdings wurde die Aufnahme nur in Log aufgenommen, ohne Anwendung des LUTs. Ist ein wenig tricky, aber wenn man das einmal weiß, dann geht das schon. Was ich allerdings noch nicht herausgefunden habe, ist, wie man sich ein Bildprofil einrichten kann mit einem der drei von Haus aus zur Verfügung gestellten LUTs. Diese sind übrigens S-Log 3, S-709 und S-709-800%, welcher mir persönlich gut gefallen würde. Ich habe viel Zeit investiert, um mit diesen Optionen herumzuspielen. Ausprobiert habe ich dabei etliche Konvertierungs-LUTs bzw. Normalisierungs-LUTs, welche ich über der Zeit im Internet gefunden habe. Auch alle zur Verfügung stehenden Phantom-LUTs habe ich ausprobiert. Dann alles noch mit dem Default, Picture Profile 11, also S-Cinetone und PP-Off, also ohne Bildprofil, in allen möglichen kreativen Look-Variationen verglichen. Interessant ist, dass mir persönlich die Aufnahmen ohne Log und ohne Bildprofil bisher am besten gefallen haben. Mir ist bewusst, dass es ohne Bildprofil kein schönes Highlight-Roll-Off gibt und auch der Dynamik-Bereich um eine Blendenstufe weniger ist als bei den Log-Aufnahmen. Daher läuft mein Entscheidungsprozess noch. Die Z4-E1 hat eine Funktion zur Unterdrückung der Bildverschiebung bei der Fokussierung. Klingt jetzt total fancy und kompliziert, ist es aber nicht. Bei diesem Feature handelt es sich lediglich um die Funktion Breathing Compensation, mit der Fokusverlagerungen reduziert werden. Das sind zum Beispiel Änderungen des Sichtwinkels, die durch Änderungen der Scharfstellung des Objektivs verursacht werden und bei der Fokussierung in Videoaufnahmen auftreten können. Mit der Original-Technologie Clear Image Zoom oder auch Klar Zoom von Sony wird automatisch ein konsistenter Sichtwinkel beim Fokussieren beibehalten. So entstehen sanfte, dramatische Fokussierungseffekte. Aktivieren lässt sich diese Einstellung im Menü unter Aufnahme, dann Bildqualität und dann Objektivkompensation. In diesem Untermenü befindet sich die Einstellung Comp der Atmung. Damit wird festgelegt, ob das Phänomen, bei dem sich der Bildwinkel entsprechend der Fokussierungsentfernung während der Filmaufnahme ändert, automatisch kompensiert wird. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Objektiv verwendet wird, das mit automatischer Kompensation konform ist. Mit der Einstellung für kinoreife Vlogs können ganz intuitiv Szenen mit Spielfilmcharakter erstellt werden. Nachdem Look, Mood und Autofokus Übergangsgeschwindigkeit ausgewählt wurden, kann jeder kinoreife Vlogs erstellen, die Motiv und kreative Idee perfekt wiedergeben. In der Einstellung für kinoreife Vlogs können mit sogenannten Look-Optionen wie S-Cineton Hauttöne verbessert werden. Mit Mood-Optionen können bestimmte Farben hervorgehoben werden und die Autofokus-Übergangsgeschwindigkeit bestimmt, wie schnell der Autofokus zwischen den Motiven wechselt. Mood ist nicht verfügbar, wenn der Look Mono ausgewählt wurde. Das allgemeine Kinogefühl wird durch die Verwendung einer Bildwiederholungsrate von 24 Bildern pro Sekunde und das breite CinemaScope Seitenverhältnis von 2,35 zu 1 mit schwarzen Streifen über und unter dem Bild zusätzlich verstärkt. Die schwarzen Streifen ober und unterhalb des Bildes werden als Teil des Bildes aufgezeichnet. Das Seitenverhältnis des gesamten aufgezeichneten Bildbereichs ist allerdings 16 zu 9. Den Cinematic Vlog Modus kann man entweder über das Menü, dann Aufnahme, dann Aufnahmeoption und dann Film Vlog Einstellung einstellen oder direkt über das Touchmenü am Bildschirm außerhalb des regulären Menüs. Folgende Look-Optionen gibt es. S-Cineton erzeugt ein Bild mit einem filmischen Aussehen. Clean erzeugt Bilder mit einem erfrischenden Aussehen. Chic erzeugt Bilder mit einem tiefgründigen Aussehen. Fresh erzeugt Bilder mit einem farbenfrohen Aussehen. Mono erzeugt Bilder mit einem schwarz-weiß Look. Dann gibt es noch die Mood- und Stimmung Optionen. Auto erzeugt Bilder mit für die Umgebung optimalen Farben. Gold erzeugt Bilder mit warmen Farben. Ocean erzeugt Bilder mit kühlen Farben. Forest erzeugt Bilder mit nostalgischen Farben. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, gibt es somit 17 mögliche Kombinationen. Für Vlogger, Content Creator und all diejenigen, die diese Kamera nutzen werden, könnte der kinoreife Vlog Modus eine Möglichkeit sein, ohne Farbbearbeitung und Einfügen von schwarzen Balken, nette kurze Videos und Filme zu erstellen. Kommen wir nun zu den mehr oder weniger Nachteilen der ZV-E1. Damit meine ich, dass die kommenden 6 Punkte für manche ein Nachteil sind. Für andere wiederum werden manche Punkte sogar egal sein. Die ZV-E1 hat nur einen SD-Kartensteckplatz, also keinen zweiten und auch keinen für CF-Express. Das bedeutet, dass man nicht redundant aufnehmen kann und wenn zum Beispiel die Kamera die Aufnahme aus dem Puffer nicht auf der Karte speichern kann, weil zum Beispiel die Karte defekt ist, dann ist die Aufnahme für immer verschwunden. Wer also die Kamera für professionelle Aufnahmen verwenden möchte, dann empfiehlt es sich, die Kamera nicht für Live-Gigs zu verwenden. Bei Hochzeiten und bei anderen Events, bei denen man nicht einfach Szenen wiederholen kann, empfiehlt es sich, auf eine professionelle Kamera zurückzugreifen, wie die A7S III oder eine der FX-Reihe. Die FX6, FX3 oder die APS-C Cinema Kamera FX30. Gerüchten zufolge könnte dieses Jahr sogar eine FX10 mit APS-C Sensor und KI-Verarbeitungseinheit vorgestellt werden. Noch ein Hinweis zu den verwendbaren Speicherkarten. SDHC bzw. SDXC Karten ab U3 oder höher sind vollkommen ausreichend. Für SNQ Motion Aufnahmen sollte es zumindest eine SDXC V60 oder höher sein. Nochmal zur Erinnerung, das Einbetten von benutzerdefinierten LUTs funktioniert nur bei SDXC Speicherkarten. Wer allerdings in All-Intra filmen möchte, der benötigt zwingend eine SDXC V90 oder höher. Meine Empfehlung ist daher gleich eine SDXC U30 V90 oder höher zu verwenden. Aufgrund der kompakten Bauweise und der Zielgruppe der Kamera, welche Vlogger und Content Creator ist, ist die Hauptaufgabe der Kamera das Aufnehmen von bewegten Bildern. Um Platz und Kosten zu sparen, wurde von Sony entschieden, keinen elektronischen Suche zu verbauen. Die Tatsache, dass eben keine elektronische Suche verbaut wurde, kann unter Umständen dazu führen, dass man in sehr hellen Umgebungen kaum erkennen kann, was am Bildschirm angezeigt wird. Und damit kommen wir schon zum nächsten Nachteil. Der Bildschirm ist nicht sehr hell. Über die Helligkeit habe ich keine genauere Angabe gefunden und auch keine Messwerte im Netz. Laut meinen Recherchen haben allerdings schon einige Tester berichtet, dass sie aufgrund der geringen Helligkeit in sehr hellen Umgebungen Schwierigkeiten hatten zu erkennen, was am Bildschirm angezeigt wird. Die Monitorhelligkeit kann im Menü unter Einstellung, Monitor und dann Monitorhelligkeit eingestellt werden. Zur Auswahl gibt es zwei Optionen, manuell und sonnig. Der Wertebereich unter manuell geht von minus zwei bis plus zwei. Wählt man sonnig, wird die Helligkeit für Außenaufnahmen entsprechend angepasst. Sony gibt hier noch den Hinweis, dass die Einstellung Sonic zu hell ist für Innenaufnahmen und man die Monitorhelligkeit für Innenaufnahmen auf manuell setzen sollte. Die ZV-E1 hat einen 3 Zoll großen TFT-Touchscreen mit 1.036.800 Bildpunkten. Zum Vergleich, die A7S III und FX III haben ebenfalls einen 3 Zoll großen TFT-Touchscreen, allerdings mit 1.440.000 Bildpunkten. Die ZV-E10 hat sogar unter 1 Million Bildpunkte bei einem gleich großen Bildschirm. Das bedeutet, dass die Anzahl der Bildpunkte bzw. die Auflösung der A7S III und der FX III um ca. 38,89% höher ist als bei der ZV-E1. Dadurch, dass es keinen Sucher gibt, hätte Sony hier lieber nicht sparen und gleich das bessere Display verbauen sollen. Wenn ich schon vom Sparen spreche, komme ich auch gleich zum Preis. Die ZV-E1 kostet ohne KIT-Objektiv 2.699 Euro. Die Kombination aus ZV-E1-Gehäuse und dem KIT-Objektiv 28-60mm f4-5,6 kostet 2.999 Euro. Zum Vergleich, die A7 IV ohne Objektiv kostet ebenso 2.700 Euro. Die APS-C Kamera FX30 kostet ohne Objektiv 400 Euro weniger und somit 2.300 Euro. Die A7C ist noch günstiger mit einem Preis von ca. 1.700 Euro ohne Objektiv. Der letzte Nachteil könnte für manche der sogenannte Dealbreaker sein. Also der Grund, warum die Kamera vielleicht nicht gekauft wird. Es geht ums Thema Überhitzung. Laut einiger Videos und Berichten soll die ZV-E1 relativ schnell überhitzen und damit während der Aufnahme automatisch abschalten, obwohl die Temperatur, bei der sich die Kamera selbst ausschaltet, höher als Standard festgelegt wurde. Selbst Sony weiß davon und gibt an, dass die Kamera bei einer Überumgebungstemperatur von 25 Grad Celsius bei einer Daueraufnahmezeit für Filme in XAVC S4K60P bzw. 50P in 4208 Bit nach ca. 30 Minuten, wenn die Kamera nicht über Wi-Fi angeschlossen ist und wenn der Monitor geöffnet ist, so warm wird, dass sie sich wegen Überhitzung abschaltet. In XAVC S HD 60P bzw. 50P 4208 Bit unter denselben Bedingungen sieht es etwas anders aus. Da werden ca. 90 Minuten Daueraufnahmezeit angegeben, bevor die Kamera überhitzt. Laut Angaben von Sony verkürzt sich die Daueraufnahmezeit für Filme in den jeweiligen Einstellungen für HD und für 4K auf ca. 20 Minuten, wenn die Umgebungstemperatur 40 Grad Celsius beträgt. Wenn man nun bedenkt, dass das Gehäuse der ZV-E1 keine Lüftungsschlitze und noch keinen Ventilator besitzt und noch aus keinem Wärmeleiten Metall, sondern aus Plastik konstruiert ist, dann kann ich das nachvollziehen. Vor allem, weil ein schneller Prozessor verbaut ist, der eine große Menge an Vollformatbildern verarbeiten kann. Und weil es ja noch zusätzlich die KI-Verarbeitungseinheit gibt, die auch noch zusätzlich Wärme erzeugt. Das klingt jetzt vielleicht erschreckend kurz, in 4K 50p 8-Bit nur so kurz filmen zu können. Allerdings haben andere Tests gezeigt, dass hier durchaus etwas mehr Spielraum sein kann. Es hängt halt immer davon ab, wie man die Kamera nutzt, in welcher Umgebung sie sich befindet und und und. Ich habe die ZV-E1 nun schon seit ein paar Tagen im Einsatz und kann von keinen Problemen berichten. Für mich und meinen Stil scheint die Kamera zumindest bis jetzt hervorragend geeignet zu sein. Ich filme immer nur kurze Sequenzen, meistens auch nur 4K mit 25 Bildern pro Sekunde. Und wenn ich einmal länger filme, dann habe ich auch zwischen den Szenenwechseln meistens einen Zeitraum von 10-15 Minuten, in dem die Kamera abkühlen kann. Ob dieses Überhitzungsproblem auch mich anfangen wird zu nerven, wenn es dann mal auftritt, kann ich erst in ein paar Wochen oder Monaten sagen. Prinzipiell traue ich mich sagen, dass jeder von dieser Kamera profitieren kann. Wenn man speziell die Überhitzungsproblematik im Auge behält und nicht unbedingt einen zweiten Speicherkartensteckplatz benötigt, dann wird es mit dieser Kamera vermutlich keine Probleme geben. Die Videoleistung vor allem mit den neuen KI-Verarbeitungsfeatures sind gerade für Solo-Content-Creator sehr reizvoll und bieten Möglichkeiten, die andere Kameras nicht bieten. Durch die Touchscreen-Bedienung, sowohl im Menü als auch in der normalen Ansicht, vor oder während einer Aufnahme, können nun auch Anfänger nach kurzer Zeit gut mit der Kamera umgehen. Und da die ZV-E1 denselben Vollformatsensor wie die A7S III und die FX3 hat, können nun alle mit dieser Kamera die hervorragende Bildqualität zu einem wesentlich günstigeren Preis nutzen. Außerdem ist die Kamera mit ihrem knapp 12 Megapixel großen Vollformatsensor extrem gut in schlechten Lichtverhältnissen. Wenn ihr also hauptsächlich kurze Sequenzen filmt und eine leichte, kompakte Kamera wollt, die den gleichen Sensor wie die A7S III und die FX3 hat, und das um ca. 1500 Euro weniger, dann ist diese Kamera für euch. Wenn ihr eine Kamera benötigt, die eine lange Daueraufnahmezeit hat, mit der man auf Live-Events filmt und die robust und verlässlich ist, dann würde ich euch lieber ein Modell der A7 oder FX-Serie empfehlen. Abgesehen davon, dass Smartphones schon seit einiger Zeit maschinelles Lernen und KI-Verarbeitungsfeatures einsetzen, ist die ZV-E1 nach der Sony A7R5, die ebenfalls eine KI-Verarbeitungseinheit besitzt, mit ihren Video-First-Features zukunftsweisend. Die Kamera kann Bewegungen und Positionen von Motiven erkennen und nicht nur den Autofokus entsprechend anpassen, sie kann auch den Bildausschnitt selbstständig wählen und das Bild besser stabilisieren. Und das Ganze zu einem halbwegs normalen Preis. Es funktioniert zwar nicht immer so gut, aber mit diesen Features können einige Postproduktionsschritte wegfallen. Und sie spricht sowohl Anfänger, Hobbyisten als auch Profis an. Wer kann schon sagen, welche außergewöhnlichen Videos mit dieser Kamera erstellt werden? Wir werden in den kommenden Monaten definitiv noch das eine oder andere sehen, hören und lesen. Wenn die Kamera bei den Nutzern gut ankommt, dann hat sie die Tür zu einer noch viel unglaublicheren Kamerazukunft geöffnet. Ich bin bisher recht beeindruckt, was die Kamera leistet. Ein paar Dinge muss ich selbst noch ausprobieren, beziehungsweise auch für mich herausfinden, ob ich ohne Bildprofil oder mit Bildprofil und eingebettetem LUTs filme. Etwas günstiger hätte die Kamera zwar schon sein können, dennoch bin ich zufrieden. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video liked. Danke fürs Zuschauen, ciao.